So, das ist Lisa. Lisa hat Undercard und ansonsten machen wir Rastersupfe, schöne Rastersupfe, schöne lange in hell und ihrer Haarfarbe. Nummer 12 und das werden wir dann zeigen, wie es geworden ist. So, Lisa ist auch fertig. Das ist ein ganz schöner lange Rastersupfe, ziemlich fein geflochten. Kannst du einfach mal dich drehen, damit man das sieht. Hast du dir das so vorgestellt? Ja. Dann habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.